So Freunde, haubert Ehre, Servus, heute stellt er den Knobi im letzten Video angekündigt in seinem Pickup vor, zum Salz streuen und das machen wir jetzt direkt. So, das war jetzt der Pickup, das ist ein Isuzu D-Max, der hat eine 2,5 Liter Maschine mit 163 PS, in Automatikausführung, feines Gerät, finde es in Summe für den Hängerbetrieb sein Haupte Mal, beziehungsweise ohne von den wenigen, die es die 3,5 Tonnen anhängen lassen hat, weil die brauchen wir und die können wir nicht drumherum, das nutzt nichts und so haben wir den Streuer hinten drauf, für die Last, das passt allemal, wie gesagt, wir haben da auch 550 Liter Streuer drauf, funktioniert einwandfrei. Im Innenraum ist der halt nicht gereinigt, ist jeden Tag ein Einsatz, wir reinigen den hin und wieder mal, wie gesagt, das ist eine gute Ausstattung, also für den Winterdienstbetrieb sehr modern, würde ich einmal sagen, gell, ja, also, nichts hat mit dem Fahrrad ein Fahrrad Ranger gehabt, zum Streuen, die letzten, weiß ich nicht, vier Jahre oder was, circa, und, aber der hat mir so viele Probleme gemacht, da habe ich innerhalb von 30 Jahren, äh, von 30, Entschuldigung, innerhalb von drei Jahren, habe ich da knappe 30.000 Euro investiert, für Reparatur und so weiter, und, ja, das war auf den Endeffekt nicht mehr trockbar und ist nicht dafür gestanden, obwohl der, wie er damals als Vorführer gekauft worden ist, hat er direkt angefangen mit Problemen, ja, ist halt so. So, mit dem mag es, passt eigentlich gut, da sind wir so weit einmal zufrieden. Ja, auf zum Streuen, Salzstreuen, seid ihr, das ist ein Hiltip, ein Stryker 550, also, den haben wir jetzt mittlerweile, äh, dem, an der Ausführung, fünf Jahre, glaube ich, jetzt fährt zurück auf fünf Jahre, ist ein Hammergerät, wirklich ein wahnsinniges Gerät, funktioniert immer, macht auch kaum Probleme, wie gesagt, da ist das Kunststoff, geil, das kann natürlich auch nicht rosten, so wie hinten die Schütte und der Teller, das ist alles aus Sädelstahl, also da fällt mit Rost sowieso eigentlich auch nichts, unten eine gute Beleuchtung drauf, links und rechts, da haben wir noch Rückfahrkamera montiert, und der hat eine LED-Beleuchtung, separat noch dabei, also, das ist wirklich, wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig pärriges, geiles Gerät, Salz hat man genug Platz, wie gesagt, 550 Liter, das ist eine Ansage, also das ist nicht wenig, und mit dem streuen wir eigentlich komplett, so die ganzen Parkplätze, was wir haben, und das sind doch einige, ja, jetzt zeige ich euch da noch gleich, das Bedienpult da davon, das war das Bedienpult, schon super simpel, einfach, aber trotzdem modern, also ganz einfach zu bedienen, ich kann euch das einmal zeigen, schalten wir das kurz ein, wirklich ein Hammergerät, bin mit dem mehr als zufrieden, also wird man auf jeden Fall immer wieder kaufen, und wir haben fürs Nacksteil geplant, noch einen Picker dazu kaufen, beziehungsweise nachher noch einen Streuer, und dann wird es wieder sowas abgeben, wie gesagt, der ganze Streuer funktioniert wegeabhängig, so wie auch automatisch, im manuellen Betrieb, und, ja, also man stellt den ganz hoch rein, mit dem Drehschalter, kann man Streubreite von 0,5 Meter bis, oder von 0 eigentlich bis 5,5 Meter, wir fahren immer mit 3,5, hier die Prozent, also so wie die Gramm natürlich auch, im Endeffekt, da haben wir Rüttler dabei, dass es Salz nachherinnen kann, einmal die Beleuchtung, rundum Licht, alles da drauf, und, ja, man kann auch, das ist schon verperrt bei denen, man geht da raus, ins Menü, drückt auf Info, Triplock, dann sieht man da eben, die Zeit, wo man gesalzt hat, die Distanz, was man zurückgelegt hat, sowie auch die Kilo, was man verbraucht hat, und auch vom Feuchten, aber das haben wir ja nichts, wir haben ja keine Sohle und nichts, wir haben ja wirklich ein, Streusalz, was wir benötigen, und das ist von dem her, wirklich ein, super, unrufass, feines Gerät, man kann viel einstellen, aber die Bedienung, im Grunde genommen, ist wirklich simpel und unrufach, und macht da eigentlich keine Zicken, und das ist eigentlich auch bei solchen Sachen, generell im Winterdienst, das auch und auch, weil das kann man nicht gebrauchen, wenn das da Probleme macht, und wie gesagt, ich bin mit dem Gerät so damals zufrieden, wir haben das Gerät, oder ich habe das Gerät, beim lieben Marco, beim Schneefürsten, also da gerne einmal eine Werbung an dieser Stelle, also ich kann jedem rechtsherzig empfehlen, sicher einmal die Seite, beziehungsweise die Firma von Marco, der Schneefürst, heißt das Ganze, einmal anzuschauen, und bei Bedarf, gerne einmal Kontakt aufnehmen, also wirklich ein feiner Typ, ganz ein netter Mensch, und der ist da so kompetent mit den Geräten, also, wenn so ein Streuer, immer zum Schneefürst, auf jeden Fall, also das kann ich echt nur, warum schon das weiterempfehlen, da ist man an der richtigen Stelle, ja, von dieser Seite, glaube ich, gibt es jetzt eh nicht mehr, ganz so viel zu erklären dazu, es ist eigentlich, einfach, selbsterklärend, aber jetzt habe ich es dann einmal gesehen, wo ich den ein bisschen vorderstellt, und jetzt wisst ihr auch mal, den Pickup, wie das Ganze ausschaut, und aufgebaut ist, alles klar, bis zum nächsten Video, und ciao! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.